Und nun die Nachrichten. Gift auf Hundewiese. Die Polizei Andernach muss sich derzeit mit einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz befassen. Unbekannte Täter haben auf der Klingelswiese in Andernach vermutlich Giftköder ausgelegt. Ein Hund ist bereits vergangene Woche mit schwersten Vergiftungserscheinungen in eine Tierklinik eingeliefert worden. In einem Gebüsch wurde Fleisch gefunden, das noch in einem Labor analysiert wird. Die Polizei empfiehlt Hundebesitzern dringend, ihre Tiere in diesem Bereich nur an der Leine zu führen und darauf zu achten, dass der Hund nichts aufnimmt. Das Ordnungsamt der Stadt Andernach ist bereits eingeschaltet und die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.